Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo über die Wendestellen von Funktionen. Heute erkläre ich dir an einem Beispiel, wie du die Wendestellen von Funktionen ordnungsgemäß bestimmst und die Rechnung ausführst. Meine Funktion hierfür lautet f von x ist gleich x hoch 3 minus 2x hoch 2 minus x plus 2. Klären wir kurz die Strategie. Zuerst musst du die zweite Ableitung 0 setzen und erhältst dadurch deinen x-Wert. Diesen x-Wert setzt du danach am besten in die dritte Ableitung ein und erhältst dadurch die Charakterisierung. Das heißt entweder einen Rechts-Links-Wendepunkt oder einen Links-Rechts-Wendepunkt. Das heißt du erhältst die Krümmung deines Wendepunkts. Im Anschluss setzt du den x-Wert noch in deine Originalfunktion ein und erhältst den y-Wert. Das heißt damit vervollständigst du die Rechnung und erhältst x- und y-Wert, um den Punkt am Ende hinzuschreiben. Gehen wir mal am Anfang los. Wir müssen die zweite Ableitung bilden, 0 setzen und den x-Wert dadurch bestimmen. Okay, die erste Ableitung unserer Funktion lautet 3x² minus 4x minus 1 und die zweite Ableitung folgt daraus mit 6x minus 4. Laut Ansatz müssen wir diese gleich 0 setzen und nach x umstellen. Das heißt wir rechnen zuerst plus 4, erhalten 6x ist gleich 4 und rechnen das Ganze dann durch 6. Das heißt x ist gleich 4 geteilt durch 6 oder gleich 2 Drittel, wenn wir das Ganze noch kürzen. Danach überprüfen wir die hinreichenden Bedingungen. Das heißt wir setzen das Ganze in die dritte Ableitung ein. Die dritte Ableitung lautet bei uns 6, das heißt wir bekommen immer das gleiche Ergebnis raus, egal was wir für 6 einsetzen. Das Ergebnis ist größer als 0 und daraus folgt, dass wir es mit einem Rechts-Links-Wendepunkt zu tun haben. Das heißt in unserem Koordinatensystem können wir skizzenhaft folgendes erwarten. Unser Wendepunkt sieht ungefähr so aus, wenn es eine Rechtskurve und dann eine Linkskurve sieht dann ungefähr so aus. Okay, bestimmen wir nur noch den y-Wert. Dafür setzen wir den x-Wert, den wir rausbekommen haben, nämlich diese zwei Drittel, einmal in die Originalfunktion ein. Das heißt wir berechnen f von zwei Dritteln und erhalten ungefähr die Zahl 0,74. Das bedeutet der Wendepunkt WP ist bei den Koordinaten x gleich zwei Drittel und 0,74. Damit ist das Wendepunktproblem gelöst und wir können mit der Kurvendiskussion fortfahren. Zur Veranschaulichung solltest du nur diese Strategie merken, das heißt zweite Ableitung 0 setzen. x-Wert in die dritte Ableitung einsetzen ist meistens eigentlich nicht so wichtig. Das muss in der Aufgabenstellung direkt vorgegeben werden, dass das überprüft werden soll. Und den x-Wert in die Originalfunktion einsetzen ist auch nur dann wichtig, wenn nach dem Wendepunkt gefragt wird, aber nicht, wenn nach der Wendestelle gefragt wird. Das heißt, das a und o bei der Berechnung der Wendepunkte ist, dass du tatsächlich das hier berechnest. Ich hoffe, du weißt nun besser Bescheid, wie du Wendepunkte oder Wendestellen von Funktionen berechnest und wir sehen uns im nächsten Lernvideo. Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de